hier schaut den kanal auswandern türkei an taia und auch heute wieder in 360 grad an diesen wunderschönen morgen dachte ich mir ich mache heute das 100er abo video möchte mich an dieser stelle bei allen bedanken und trinkt jetzt mal ein schluck kaffee dass ihr mich abonniert habt dass ihr meine filme anschaut und da ganz 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 wenige negative kommentare gekommen sind gehe ich davon aus dass euch gefällt was ich zeige wie ihr seht bin ich auch diesmal nicht den anteil morgens 7 30 ich werde die letzten tage noch mal ausnutzen um euch eine location hier bei mir in dachsen zu zeigen und fange im grunde genommen mit etwas erfreulichen an in dachsen beziehungsweise in laufen im schloss laufen gibt es hier eine elektroladestation also derjenige der noch nicht weiß wo er sein auto auftanken soll wenn er ein elektroauto hat darf sich hier in schloss laufen durchaus bedienen ja ich werde in diesem take euch mehrere stellen hier zeigen ich habe jemand geweckt guten morgen und ja genießt diese landschaft wie immer dreht euch einmal rum das ist ein 360 grad video schaut euch die landschaft ein bisschen an und im nächsten tag bin ich dann da in die richtung unterwegs und dann schauen wir uns mal ein bisschen an was diese gegend so zu bieten hat alles natürlich nur für meine abonnenten denn ich wusste wirklich nicht was ich als nächstes mache aber jetzt weiß es bis gleich